Ho, ho, ho. Die meisten von euch sind wahrscheinlich noch nicht dafür bereit und mir geht es auch relativ ähnlich. Aber ich sage sehr ungern, Weihnachten steht vor der Tür. Das geht ruckzuck. Und ich habe mir dieses Jahr für Weihnachten was ganz Besonderes ausgedacht. Ich biete nämlich für euch Weihnachts-Mini-Shootings an. Für Familien, Singles, Paare, wer auch immer Lust hat, auch schöne Weihnachtsbilder. Wir machen super schöne und auch süße Bilder von euch in meinem gemütlichen Studio hier in Steinbronn. Und ich habe extra ein Weihnachts-Set aufgebaut und wir machen schöne Weihnachtsbilder. Die könnt ihr dann für eure Weihnachtskarten benutzen, zum Ausdrucken, Versenken oder Verschenken oder auch einfach nur so aufstellen. Bilder sind eben immer eine sehr wichtige Erinnerung. Ich bin jemand, der zum Beispiel sehr wenig Bilder von sich aus der Kindheit leider hat. Deswegen weiß ich genau, wie wichtig diese Bilder irgendwann mal sein werden. Und beim Minishooting schauen wir einfach, dass ihr Spaß habt, dass ihr euch wohlfühlt und dann entstehen von ganz alleine super schöne Bilder. Ich biete allerdings nur ein paar Termine an. Deswegen seid am besten schnell. Schaut direkt mal auf der Homepage nach freien Termin und die könnt ihr dann auch direkt online buchen, bevor sie weg sind. In diesem Sinne, ich freue mich mega auf euch und auf die Shootings und ich wünsche euch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald!